Liebe Fußballfreunde, hey, es geht um Fußball. Wir alle wollen Fußball schauen, wir wollen Fußball spielen. Jetzt steigen diese Fallzahlen von Corona wieder und wir müssen da was machen. Jungs und Mädels, hier, schaut auf Abstand, schaut auf die Einhaltung der Regeln. Nicht auf dem Fußballfeld, ich kenne das. Es ist manchmal müßig, aber hey, ihr schafft es. Und ich glaube an euch und jetzt dranbleiben. Ich will hier jedes Wochenende Fußball sehen und gucken. Also macht was draus. Ciao.